Hopp hopp die Eule Das ist das Haus von Togtog. Hopp hopp und Togtog sind mit dem Motorrad unterwegs. Hallo. Wohin die beiden wohl fahren? Das sind Garagen. Sieh mal. Ah, Kugeln. Und ein Bauhelm. Haha, der steht dir wirklich gut, Hopp hopp. Togtog, mach du jetzt die grüne Garage auf. Grüne Kugeln. Und noch ein Helm. Ich bring hoch. Hier sind ganz viele Bauklötze. Ha, Hopp hopp hat sich versteckt. Pssst. Togtog wird ihn jetzt suchen. Hopp hopp, wo bist du? Kuckuck. Togtog sucht die kleine Eule. Hinter dem gelben Würfel ist er nicht. Hinter der Pyramide auch nicht. Wo kann er nur sein? Kuckuck. Ah, hast du das gehört? Hurra, gefunden. Lasst uns jetzt bauen. Das ist eine Planierraupe. Sie hat vorne ein großes Stahlschild. Damit kann sie verschiedene Bauklötze schieben. Und wer hat den grünen Würfel heruntergelassen? Das war Hopp hopp. Die kleine Eule steuert den Bagger. Das ist eine grüne Pyramide. Fertig ist der erste Turm. Fertig ist der erste Turm. Ha, 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 ha. Schneckchen, magst du mitfahren? Hopp hopp steuert den Bagger sehr gekonnt. Wow, die beiden Freunde haben ein Schloss gebaut. Wow, die beiden Freunde haben ein Schloss gebaut. Es fehlt nur noch das Dach. Hier ist es. Ein gelbes Dach. Stellen wir die beiden Bauwagen ab. Und jetzt wird gespielt. Die beiden haben viel Spaß. Wie wäre es, wenn du auch ein Schloss aus Bauklötzen baust? Wie wäre es, wenn du auch ein Schloss aus Bauklötzen baust? Wie wäre es, wenn du auch ein Schloss aus Bauklötzen baust? Wie wäre es, wenn du auch ein Schloss aus Bauklötzen baust?